Mark Gebauer. Sein Style reicht von genial bis zu katastrophal. Alles dabei. Gleich zu Anfang möchte ich aber sagen, Leute, Hut ab, was der Mann sich aufgebaut hat. Er ist einer der renommiertesten Uhrenhändler des Landes, verfügt über enormes Wissen und hat sich alles, was er hat, selbst aufgebaut. Ich folge ihm gerne auf diversen Medien, weil er sehr unterhaltsam ist und man sich definitiv etwas von ihm abschauen kann. Zu seinem Style. Er ist merkwürdig. Als ich ihn das erste Mal dieses Jahr im März auf der Watches & Wonders-Messe gesehen habe, wusste ich nicht, wer er ist. Ein Kumpel sagte zu mir, schau, das ist Mark Gebauer. Er fiel auf, weil er eine orangene Krawatte und eine dazu passende Richard Mill mit orangenen Armband trug und einen orangenen Gürtel, wenn ich mich recht erinnere. Eine für mich schreckliche Kombination. Vor allem auch Richard Mill zu tragen ist für mich ein stilistisches No-Go. Er trägt viele sehr extrovertierte Anzugskombinationen, die meistens auch sehr auffällig, aber nicht ästhetisch sind. Seitdem verfolge ich ihn aber, habe unter anderem mitbekommen, dass er seit dem Studium sein Ding genau so durchzieht und dann muss ich wiederum sagen, das finde ich super. Er bleibt sich selbst treu, trägt seine extrovertierte Art mit seiner Kleidung.